Guten Tag Iloy, schön dich zu sehen. Guten Tag, schönen guten Abend, hallo. Iloy, du hast uns ein wunderschönes Lied mitgebracht. Wem möchtest du dieses Lied heute widmen? Ich widme diesem Song an meine Mama, weil sie sitzt da, aber auch an alle anderen. Die Mama ist extra aus Holland angereist, hat sie gekommen. Nee, die Jungen, guten Abend. Und auch von allen anderen Müttern in dieser Welt, weil ich glaube, dass unsere Mütter uns bedingungslose Liebe lernen. Und das ist so wichtig. Und meine Jugend war nicht immer einfach, aber weil meine Mutter damals bin ich der Mann geworden, der ich jetzt bin. Das hast du wunderschön gesagt. Eine Liebeserklärung klingt aber am allerschönsten, glaube ich, in der Muttersprache. Wie würde das auf Holländisch klingen? Nou mam, ich wünsche dir eine sehr schöne Mütter-Lied und ich hoffe, dass wir noch sehr viele Mütter-Lied von dir mogen genieten. Schön, dass du das gesagt hast. Wir hören uns jetzt das Lied für Sie, für die Mama, an deiner Seite, Iloy.